Kein Wunder, dass ich mich verletzt bin, wenn ich Spiele wie dieses als Teenager spielen würde. Das ist die letzte Zeit, dass ich in der Neurosphäre in einem Montagmorgen komme und ich erzähle euch das. Die Prostung hat ein bisschen gelitten, Gesundheit aber voll, immerhin. Ich würde gerne Pistel-Munition kriegen. Na egal, gehen wir erstmal nach oben hier. Ich habe gesagt nach oben. Hallo. Okay. Wir halten aber auch was aus. Aber wir haben immer noch unseren Armstacheln und den dürfen wir nicht vergessen. Ah, der aber... Ohoho, war der wunderschön. So, immer noch ein bisschen Rüstung. Das sieht mir wieder nach einem Glitch aus. Dann gehen wir gleich rein. Ein bisschen... Leben. Mention fehlt mir ein bisschen. Aber hey, wo kommst du denn hier? Okay. Ähm... Was gibt es denn hier zu holen? Wir haben hier eine Mail. Und zwar... Von Isaac Michaels gesendet am Freitag, 18.28 Uhr an Ross Baker. Ebenso an Phillips, Scruton, Synthia, Lister und Jay Salomon. Betreff Präsentation Montag. Ross. Ich habe gehofft, sie noch zu erwischen, weil ich gerade mit Bristol telefoniert habe. Aber sie hatten schon Feierabend gemacht. Es tut mir sehr leid, aber es wurde entschieden, dass eine Neuzuteilung ihrer Arbeitszeit im Augenblick einfach nicht machbar ist. Ich hoffe, sie haben noch nicht allzu lange über ihre Präsentation gesessen. Wie sie wissen, sind wir an einem kritischen Zeitpunkt bei unserer Testreihe mit der NS4000 angelangt. Und wir müssen sie bitten, ihre Anstrengungen, den Datenanalyse-Rückstand aufzuarbeiten, zu verdoppeln. Danach, wenn wir den Auftrag hoffentlich bekommen haben, sollen sie sich mit Volldampf dem Umwandlungsmodell widmen. Es ist die alte Leier. Sie sind einfach unentbehrlich, fürchte ich. Dennoch möchte ich betonen, dass wir alle ihre Anstrengungen zu schätzen wissen. Sollten sie also ihren Forschungsideen nach Feierabend oder am Wochenende auch weiterhin nachgehen wollen, lässt sich das mit Sicherheit einrichten als Rechtschreibfehler. Solange dadurch ihre eigentliche Arbeit nicht beeinträchtigt wird. Viele Grüße, Zack. Diese E-Mail sowie etwaige Anhänger sind vertraulich zu behandeln und enthalten möglicherweise persönliche Ansichten, die von Neurosphäre Inc. ohne diesbezügliche Erklärung ausdrücklich nicht geteilt werden. Die einzige Seite. Okay, das ist interessant. Jetzt haben wir noch ein bisschen Background-Info von der realen Welt. Und hier haben wir wieder unsere Armbrust. Wir kriegen wieder Emotionen. Ja, das freut mich. Die kriegen wir wohl nur hier aus dieser Glitch-Welt. Aber das ist hier so das Portal in Richtung der realen Welt. Also hier können wir noch ein bisschen was rausgreifen. Aber das war wohl erst das zweite Portal. Oh Gott. Ah, Schnitzel! Schnitzel-Sach. Das ging es leider viel zu schnell leer. Oh, da ist die Pistole doch tatsächlich leer. Da schnetzen wir uns halt mit der MG durch. Nein, das brennt schon. Das ist nicht gut. Äh, das ist auch hier viel zu nah und wir sind... Alter, wir sind fast down. Das ging es aber sehr schnell. Okay, wir haben den Shotgun und wir haben das MG. So. Einmal den hier. Einmal den hier. Ja, jetzt dringen wir zum Reaktor vor. Ich hätte aber vorher irgendwie gerne Gesundheit. Ich weiß nicht warum, aber mit so einem Drittel-Leben ist immer so ungeil. Äh, hier unten definitiv. Zack. So, dann dringen wir zum Reaktor vor. Oder vielleicht noch mehr. Ja, hier unten dringen wir zum Reaktor. Also, wenn du dich nicht zu beschäftigen, mit den Kindern zu spielen, holst du dir einen Rock'n' Launcher und holst dich hier zurück. A$AP. Okay. Oh, was? Don't hate me, cause I'm awesome. Wirklich? Frag Limit 14. Ich glaube, ich muss das aufhören, um rauszukommen. Bullshit! How? 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 Oh, shit. So. Oh, wo sind denn hier überhaupt die Gegner? Wir haben Athena, das sind wir. Ich hab Kill. Okay. Ähm. Dann, too swag for you. Den Soul-Taker, den Boonage Guard und den MLG-Killer 666. Das ist so schön. Oh, Hapa. Ach, oh mein Gott. Also, wir müssen hier erstmal mit den Kiddies klarkommen, oder? Ja, vor allem hinter der Wand, nicht wahr? Okay, 15 Kills ist unser Ziel. Der wird sich noch wundern. Alter, die Schwerkraft ist ein bisschen hoch. Komm hier schon her, Mann! Check that scoreboard, Jules. Wirklich? Ah! Ah, Gott sei. You, 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 you got pwned, like, so hard, man. Like, wow. Alter, das kann jetzt aber echt nicht wahr sein. What the fuck? Nein! Okay. Okay, so Gravity's low, but... ...falling off the stealth of enemies. Oh, MFG, I just respawned. That's so lame, Mann. Ja, spawn camp, aber nicht wahr. Okay, you stupid hassle. Cut it out. You suck at these gangs, so you have to cheat. Und? Aha. I owned in this place. Owned with a capital zero. Wait, you're a girl? Ah, get back to playing the sims, dude. Hey, I had to put up with this shit when I was the only girl in a clan. I'm not putting up with it from Yubi Plums. Come on. Did you like 80 to 39? Are you still the old guy? Fuck. That was lag. That was lag. Ich feiere die E-Loke so sehr gerade. Wo ist denn eigentlich dieser fancy Rocket Launcher, von dem gesprochen wurde? Ich finde den nicht. Ich habe auf jeden Fall einen Gegner. Ich feiere die Dialoge so sehr, weil die so zutreffend sind. Das ist einfach so wahr, was da gesprochen wird. Die ganzen Kiddos in den Shootern. Das ist unfassbar. Das ist so ein wunderbares Sinnbild für die CBD-Community. Okay. Habe ich das laut gesagt? Oh, Entschuldigung. War natürlich nicht so gemeint. Nicht jedes, äh, nicht jeder Spieler in der COD-Community ist so drauf. Aber es gibt schon einige Kiddos. Gerade mal zwölf geworden. Und schon das neueste COD in den Händen. Ja, ich runterfalle. So, wir haben auch übrigens eine Killing Spree hingelegt. Und, ah, da ist er ja. Aha, am obersten Punkt, wo auch sonst. Okay, now we're talking. Äh, now we're talking. Wo sind denn hier so ein paar? Armselige... Kiddos, da ist er. Wirklich? Aha! So sieht das aus. 15 Kills ist das Limit. Das kriegen wir hin. So. Oh. Oh. Da haben wir natürlich wieder voll die Kante getroffen. Oh, okay. Da sind wir tatsächlich gerade getötet worden. Nicht so geil. So, wir gehen auf jeden Fall nochmal kurz hoch hier. Und holen uns nochmal ein bisschen Munition für den Raketenwerfer. Ach, komm schon. So. Sit down, son. Sit down. Take a seat. So. Bleib hier. Das ist so geil gerade. Es ist aber so geil. Zwei Kills fehlen uns noch. Dann haben wir die Deathmatch-Area hier auch hinter uns. Ich glaube, wir müssen nur ein bisschen Munition haben. Ich würde auch gerne erzielen, muss ich sagen. Na? Na, na, na. Da. Was? Der hat das überlebt? Nicht lange. So, und wo ist dieser One-Frag? Ah, den machen wir dezent mit der Armbrust, hä? Den machen wir dezent mit der Armbrust. Jetzt muss ich halt nur noch einen Spieler finden. Das war gerade nicht sein Ernst. Okay, komm. Quickscope. 360 Quickscope. Wo ist er denn hin? Da ist einer. Boom! Der war so schön. Huuuah. Huuuah. Quickscope. Oh, schau. Dude, you're so bad. It's like, not even funny. Just like... Oh, lass mich nur ein bisschen rumprobieren. Das muss jetzt sein. Fürs Ego. Huuuah. Was, der war doch tot? Der hat doch sauber gekillt gerade. Huuuah. Boom. Alter, jetzt... Okay. Okay. Das geht auch anders. Meine Fresse. Dann eben mit dem Raketenwerfer. Vor allem der Ragequid-Reaktor. Nicht wahr? So. Gut, wir sollten vielleicht nicht direkt mit der Pistole drauf... Äh, mit der... Genau, mit der Pistole. Mit dem Raketenwerfer auf die armen Schweine losgehen. Ich hätte mir ein bisschen Pistolenmunition, muss ich sagen. Ähm... Na, komm her. Kann ich dich eigentlich auch wegschleudern? Ja. Kann ich dich in den... Wenn ich hier da zuehe? Nein. Okay, gut. Dann gehen wir doch hier mal rein. Nehmen wir uns ein bisschen Minigun Muni mit. Ich sagte, wir nehmen uns ein bisschen Minigun Muni mit. Oh, die Schwerkraft ist ja normal. Oh. Ist ja langweilig. Ja, das war eine Mention. So, ich muss ehrlich zugeben, dass ich leider aufgrund... Wow. Wow. Hallo, Sägebette. Genau. Lauf einfach quer durch. Wir kriegen bestimmt Schaden. Ähm... Dass ich von der Story gerade ein bisschen... Ah, wir können uns einfach durchgehen, okay. Nice. Wir haben mit der Armbrust-Munition gekriegt. Das finde ich nice. So ein paar kleine Secrets. Renegade spotted. So, das ist von den Dialogen nicht allzu viel mitkriege gerade, weil einfach alles um mich rum so laut ist. Aber das ist halb so schlimm. Ihr könntet ihr die Untertitel lesen. Dafür habe ich halt wenig Zeit, weil die... Das Gesprochene halt leider auch ein bisschen... Roboter-Stimme ist. Ist ja beabsichtigt, ist mir schon klar. Aber es macht es ein bisschen schwieriger zu erkennen. Okay, Moment. Nein. Einmal so und... Oh, das hat besser gesessen, als ich dachte. Okay.